Hallo, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von EasyDAV.de. Ja, es hat mich eine sehr schöne Frage erreicht über den Messenger. Wir schalten mal auf meine Tafel hier. Und zwar von, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, Digne Carambe, ich habe leider keine Ahnung, es tut mir leid, aus Bamako, das spreche ich wahrscheinlich auch falsch aus. Das ist sehr interessant, es liegt in westlichen Afrika, hier, sehr interessant, in Mali. Also, und er hat mir folgende Nachricht geschickt. Hallo Lehrer, würden Sie mir sagen, was ist der Unterschied zwischen ich habe, ich habe frei und ich bin frei? Erstmal eine kleine Grammatikkorrektur. Würden Sie mir sagen, jetzt kommt hier ein indirekter Fragesatz, das ist ein Nebensatz, und das heißt, das Verb muss ans Ende. Also, können Sie mir sagen, was der Unterschied zwischen und so weiter ist? Da gehört es eigentlich hin. Oder, das kann natürlich ein sehr komplexer Satz sein, dann, wenn der Nebensatz so lang ist, noch mit diesen Beispielen, dann kann man auch hier einen Doppelpunkt machen und jetzt einen Fragesatz schreiben, dann kann das Verb hier auf zweiter Position stehen bleiben. Aber so als indirekter Fragesatz mit Komma davor muss das Verb eigentlich ans Ende. So, das ist aber nicht das Thema. Also, es geht um den Unterschied zwischen ich habe frei und ich bin frei. Was ist der Unterschied? Gehen wir zuerst mal zu ich habe frei, das ist schnell abgehakt. Morgen muss ich nicht arbeiten, ich habe frei. Also, wenn ich keine Verpflichtung habe, irgendwo hinzugehen, nicht zu einem Dienst muss, dann kann ich sagen, ich habe frei. Morgen ist keine Schule vielleicht, morgen haben wir frei. Okay, so, das ist ich habe frei, in der Vergangenheit dann ich hatte frei. Ihr wisst, die Verben haben und sein benutzen wir nicht im Perfekt, sondern in der Regel im Präteritum, wenn wir in der Vergangenheit sprechen. Also, ich hatte frei, gestern musste ich nicht zur Arbeit, gestern hatte ich frei. Gut, das ist der Kontext von ich habe frei und ich, und können wir uns mal aufschreiben. Das bedeutet, nicht arbeiten müssen. In dem Kontext sagen wir, ich habe frei. Und was ist mit dem anderen? Ich bin frei. Eine kleine Illustration. So, wenn ich hinter Gittern bin, im Gefängnis, dann bin ich nicht frei. Dann bin ich gefangen. Und wenn ich aus dem Gefängnis herauskomme, bin ich wieder frei. Das heißt aber auch, ich kann jetzt tun, was ich möchte. Also, ich bin frei bezieht sich auch auf Handlungsfreiheit. Ich bin frei zu tun, was ich möchte. Und auch auf unsere Gedankenfreiheit, dass wir als Menschen frei denken können und einen freien Willen haben können. Ich bin frei, ich kann tun, was ich möchte und ich kann entscheiden, was ich tun möchte, wie ich handeln möchte. Deswegen bin ich übrigens auch verantwortlich für mein Handeln. Deswegen ist das ein wichtiger Satz. Wir Menschen sind frei in unserem Willen und frei in unserem Handeln. Jedenfalls verstehen wir uns aktuell noch so und das gibt uns moralische Verantwortung. Gut. Das war es schon mit dieser Frage. Auch das benutzen wir in der Vergangenheit im Präteritum eher. Ich war frei oder in einem Roman könntest du lesen. Der ist ja schon in der Vergangenheit geschrieben. Dann könnte da ein Satz stehen. Nach drei Jahren war er wieder ein freier Mensch oder war sie wieder ein freier Mensch. Gut. Also, dann auch das wollen wir mal festhalten. Das ist das Gegenteil von gefangen sein. Eigentlich schreibt man das, weil das hier eine Präposition ist. Dann ist das eine Nominalisierung. Dann schreibt man hier ein großes G. Gefangen und, das machen viele Schüler falsch, da hinten, das zweite schreibt man auch groß und das Ganze mit Bindestrich. Das Gegenteil von Gefangensein bedeutet hier die Freiheit, also frei zu sein. Ich bin frei und das andere, wenn ich nicht arbeiten muss, ich habe frei. Gut. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und euch allen auf YouTube. Vergesst bitte nicht, euch für unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik einzutragen. Wird hier nochmal eingeblendet. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Das war Peter Heinrich von easyduff.de. Ein Besuch auf meiner Website lohnt sich natürlich auch immer. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Er kann wieder mal einen kleinen Boost vertragen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.